Hast du schon mal eine Comic Cake gebacken? Das ist ganz einfach, denn du musst nur einen Kuchen deiner Wahl backen und dann mit unserer Zuckerschrift in schwarz die Konturen nachziehen. Das ist auch gar nicht schlimm, wenn einzelne Stücke mal nicht ganz durchgehend sind, das macht es nur umso authentischer. Und so zauberst du im Handumdrehen einen wunderschönen Comic Cake, sogar in der Geschmacksrichtung deiner Wahl. Für mehr Backtrends und kreative Ideen, vergiss nicht, das Plus wegzumachen.